Servus zusammen, wir haben Freitagabend, das ist der 4. November und es ist 17.37 Uhr. Außer diesem Film mache ich noch einen am Mittwoch und dann bin ich ja in Hamburg, da freue ich mich über jeden von euch, der da kommt. Und der Erste, der mich sieht, der kann mir gleich ein Bier abliefern. Nur mal so zur Info. Der Markt spielt wilde Maus, so glaube ich kann man das sagen. Das ist hier auf dem Oktoberfest so ein Fahrding. Wilde Maus, ganz gruselig, da habe ich jetzt mal Angst, dass ich da rausfalle. Aber das spielt der Markt hier. Fangen wir mal mit Adidas an. Also heute Morgen, das habe ich verstanden, dass sie dann von 95 mal hoch sind, Scholz in China und gelockerte Covid-Politik, das habe ich verstanden. Aber dass dann der Puma-Chef zu Adidas geht in einer Frist von drei Monaten. Also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ich kenne also eigentlich nur so Verträge, wo es dann heißt, er darf dann für ein oder zwei Jahre lang nicht zu einem konkurrierenden Unternehmen. Anscheinend steht es gar nicht da drin in dem Vertrag. Oder man hat sich irgendwie geeinigt. Würde mich interessieren. Auf jeden Fall, die waren ja dann auf 120 hoch diesen Plus oder 121 sogar diesen Plus 26 Euro gewesen. Und die allein haben dann im Höchstkurs dem Tags mal 44 Punkte geschenkt. Also auf der positiven Seite hat es, glaube ich, Adidas noch nie geschafft. Auf der negativen schon eher. Aber auf der positiven Seite nicht. Ist schon sehr erstaunlich. Ich hatte zum Glück welche in der App. Habe ich auch ein bisschen zu früh gegeben, weil man konnte die Scheine gar nicht mehr handeln teilweise. Die waren komplett gesperrt für 10 Minuten, Viertelstunde. Da musste man froh sein, wenn man überhaupt rauskam. War ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Kommen wir mal zum Index selbst. Da kommt nämlich nochmal blaue Linien dazu. Und zwar, ich habe da zwar länger drauf geschaut, aber in den letzten Wochen gar nicht mehr so. Das hier ist das Alltime High. Und ich habe hier einfach mal die Fibus angezogen. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, der ist wirklich extrem interessant. Vom Alltime High kommend zu dem Jahreslow ist das A38,2 bei 13.550. Und heute waren wir im Hoch 13.543. Wir haben jetzt hier ein kleines Doppeltop. Einmal, zweimal. Die sind 20 Punkte auseinander. Wir schmusen mit der 200-Tage-Linie. Die ist bei 13.636. Da befindet sich auch das obere Band. Ja, wir sind aus diesem langen Downtrend vom Alltime High kommend, vierfacher Tuschierung, sind wir raus. Und deutlicher drüber. Das finde ich schon gut. Aber nochmal, ich gebe nicht so viel auf die vertikalen Trends. Ich bin mehr bei den Horizontalen. Und hier entsteht jetzt eine Kumulationsebene, wie ich das neulich mal wieder gelernt habe. Aus Doppeltop, 200-Tage-Linie, oberen Band und Fibolevel. Das ist schon, das ist viel. Da gucken viele Algos drauf. Ich hätte ja gesagt, ich gönne dem eine Auszeit. Ich war ganz zufrieden hiermit. Die hätte sogar bis zur 20-Tage-Linie gehen können. Die ist jetzt heute hier bei 12.859 und wird so ganz grob um 30 Punkte steigen. Also sie ist bei 12.890 am Montag. Ich bin überrascht über die Stärke vom DAX, muss ich ganz klar sagen. Und im Anschluss an diesen Film nach den Scheinen geht er nochmal auf den Spread ein und dann nochmal ein paar Aktien, die ich heute gekauft habe. Also kurz nach den Scheinen. Und ich bin echt überrascht, wie gut er sich hier hält. Die Umsätze heute waren mal gut. In den letzten Tagen war das gar nicht so besonders viel. Aber er ist jetzt hier wieder in einem Niveau. Für mich ist nach wie vor dieser Punkt hier, knapp vor der 14.000, ist für mich deutlich wichtiger. Aber man hat das schon mal gesehen, gerade in so Werten wie Adidas, wo also verschiedene Citadels und wie auch immer die Hedgefonds drin waren, die da draufgeknallt haben, weil es ist ja sowieso alles 90 Euro zu hoch. Die mussten dann auch mal zu machen. Da hatten die keine Wahl. Und mir gefallen nach wie vor die Banken. Ich habe heute eine Zahl gehört. Ich kann die nicht verifizieren, aber durch diese Zinserhöhung in Amerika verdient zum Beispiel die Commerzbank pro Monat ungefähr 50 Millionen mehr pro Monat. Also die Banken waren gestern gut. Sie haben dann heute mal ein bisschen korrigiert. War nicht viel, aber sie waren gut. Sie liegen gut. Die Versicherungen liegen gut. Gut, das ist für Finanzmärkte kurzfristig positiv, also für Finanzaktien. Aber irgendwann kommt halt die Rechnung mit den Insolvenzen. Ja, da muss man halt mal schauen. Aber momentan würde die also auch nicht short gehen. Aber zurück zum DAX. Wir haben diesen Bereich hier. Gerade im Moment handelt er bei 13.435. Das ist zwar hoch, das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, aber ich habe hier, das war ein Verkaufssignal, wurde durch heute komplett negiert. Und auch hier, das ist doch hastig, dreht auf hohem Niveau nach oben. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt in den nächsten Wochen sowas gibt. Der November gilt als fieser Monat mit ordentlichen Korrekturen, Reaktionen nicht so einfach zu handeln. Deswegen habe ich die Scheine auch ein bisschen weiter weggewählt heute, weil es ist notwendig. Ich finde es nochmal sehr erstaunlich, dass wir hier oben sind. Ich tue mich sehr, sehr schwer, hier was zu kaufen. Sollen sie laufen, sollen sie 200-Punkte-Linie sehen. Ich glaube nach wie vor nicht, dass wir hier drüber gehen. Also nicht in diesem Anlauf hier. Da kommt vorher nochmal irgendwie eine kleine Pause nach unten. Deswegen, ich werde jetzt hier nicht long gehen. Die Scheine habe ich hier. So, und zwar, den Call bleibe ich trotzdem bei 12.690. Ich war das letzte Mal hier drunter, da war auch die 20-Tage-Linie tiefer. Ich bin 200, am Montag 200 Punkte unter der 200-Tage-Linie. Aber sollte diese 12.860, beziehungsweise dann ist es ja 12.890, um 50 Punkte mit einer Stundenkerze unterboten werden, dann, wenn ich den jetzt kaufe, dann muss ich da raus. Oder ich warte so lange, bis wir wirklich in diesen Bereich hier reinkommen. Im Moment sieht es zwar nicht so aus, aber das ist schon ein ganz, ganz fetter Brocken, den wir haben. Das ist also ein 12.690er, das ist die GZ2.0LT. Im Moment ein Hebel von 17. Beim Put habe ich ein 14.071er gewählt. Da bin ich also in der Nähe des 50er-Retracements, aber hinter diesem Hochpunkt, von dem ich ausgehe, dass er nicht überboten wird. Der kommt jetzt erstmal auf die Watchlist, aber ich werde mit dem, also ganz genau, ich werde mit dem Fett schreiben. Das ist ein 21.5er Hebel im Moment und das ist die GK6 CRS. Also, jetzt hier 17.44 möchte ich dem Markt eigentlich nicht mehr wirklich long gehen wollen müssen, übers Wochenende. Nein, möchte ich nicht. Also, übers Wochenende bin ich dann sowieso eher ein bisschen glatt, oder meistens glatt. Aber es ist momentan für mich auf diesem Niveau jetzt hier kein Long mehr. Kommen wir mal zu diesem Spread. Der hat mich echt überrascht. Zunächst mal, ich hatte neulich Filme gemacht über die, über so ein paar amerikanische Aktien, so Microsoft und diese Reisen. Da sind jetzt, nur zur Info, da sind jetzt mal Meta eingelaufen, und zwar nur 15% dessen, was ich haben will. Meta bei 92, ich glaube, da lege ich auch schon leicht hinten. Ja, die sind bei etwas unter 90. Die Alphabet bei 85,5, auch 15%. Und die Amazon bei 90. Also, da habe ich jetzt jeweils mal 15% gekauft. Netflix sah ja gut aus, aber die sind dann so schnell gestiegen, dass dem renne ich auch nicht hinterher. So, also das habe ich bei diesen amerikanischen Aktien gemacht. Wie gesagt, da könnt ihr nochmal die Filme anschauen, die ich neulich gemacht habe. Jetzt zum Spread. Letzte Woche war der 2000 und, also der ging von 2250 runter auf 1700. 1750, irgendwo sowas. Dann habe ich dann auch schon wieder ein Teilblatt gemacht. Und dann ging er wieder relativ flott über die 2000, 2100, 2250. Und ich habe das gestern oder vorgestern mit jemandem auf YouTube diskutiert. Diesen Spread, sowas darf man nicht starr sehen. Der liegt also heute, ich bin ja fast vom Glauben aufgefallen, bei 2721. Hätte mir das einer am Montag vor einer Woche gesagt, hätte ich ihn wahrscheinlich gefragt, was er geraucht hat. Ich bin extrem enttäuscht über das, was hier die Nasdaq macht. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir noch viel weiter runterfallen, aber er steigt nicht. So, und dann mache ich folgendes, während des Tages auch, und das habe ich mit dem Herrn dann diskutiert, auf YouTube. Könnt ihr mal nachlesen. Wir hatten hier, war das hier ja, vom 14.10. hatten wir Gap. Das war bei 10.000, mal schauen, wo ist das hier, 10.000, ja, 10.690 meine ich war das. Da hat alles so ein bisschen gedreht bei mir auf 10 Minuten, Viertelstunden Niveau. Und dann habe ich dann nicht hier am Tief, das kriegt man nie hin, habe ich dann auch hier gekauft. Allerdings habe ich dann nicht diese Serien genommen. Ich habe momentan für diesen Spread ein 9.800er Call in Nasdaq, ja, der wird langsam eng. Das gebe ich ganz offen zu. Habe ich dann aber 10.600 Euro gekauft. Und ich habe gesagt, gut, der darf mich 50 Punkte kosten. Und sowas nehme ich dann 70 Punkte mit. Das war in Ordnung, ja. Und die rechne ich dann auf den Spread drauf. Heute, da muss ich das im DAX mal machen, habe ich es dann andersrum gemacht. Nochmal, ich habe ja Nasdaq Calls Long und ich habe DAX Putz, wo war das? Jetzt gehe ich mit euch auf die 10-Minuten-Ebene, weil da sieht man es besser. Ja, wir waren heute Morgen in den Kursen von 8 bis 9, waren wir in der Nähe des Hochs von gestern. Und drohten das zu brechen. Da habe ich mir gedacht, wieso geht denn der da jetzt hoch? Da habe ich mir auch gedacht, na gut, Scholz, China, vielleicht kommt da ja irgendwas. Mit dieser Kerze hier, ziemlich genau um 9 Uhr, habe ich dann die Hälfte der Putz, die ich long bin, habe ich geschlossen. Und hatte also demzufolge bei einem Verhältnis, sagen wir mal, 100 Calls im Nasdaq und nur 50 Putz im DAX. Dann habe ich das einfach laufen lassen. Irgendwo hier bei 13.000, ich meine es war 370 oder sowas, weil ich mich geärgert, weil da ging die mich noch höher, habe ich die dann wieder zurückgekauft. Das sind aber auch dann ungefähr 160 Punkte. Und sowas rechne ich dann ins Brett rein. Dadurch verändere ich den Spread und ich liege jetzt momentan bei 2480 Punkten. Das sind immer noch, was bin ich noch, 240 Punkte tiefer als der Spread, aber ich juckele den so hoch. Den kann man wirklich aktiv managen und das ist eigentlich recht angenehm. Man hat eine Grundposition und macht ab und zu mal die Flügel auf, nach links oder rechts, je nachdem auf welche Basis der Technik, welche Zeitebene man da schaut. So mache ich das. Also wie gesagt, bei mir ist es 2480, ich habe 100% draußen, vom Gesamtdepot sind es 3%. Es wird auch nicht mehr. Also bei mir ist die Position jetzt voll, es sind 3% des Depots, aber ich werde nicht mehr machen. Ich glaube, dass der DAX ein bisschen fallen wird in den nächsten paar Tagen, also seitwärts, bis es ist also leicht korrektiv. Aber ich bin überrascht, wie schlecht der Nasdaq liegt, das muss ich ehrlich sagen. Gut, vielleicht hilft euch das. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute. Wie gesagt, Mittwoch gibt es noch einen, Dienstag mache ich vielleicht Gold. Und ansonsten bin ich dann in Hamburg, da will ich euch sehen, also zumindest die, die oben wohnen. Alles Gute, Happy Trading, fette Beute, bye bye.